Hallo, ich bin der Chris Murray und ich würde euch gerne einladen zu einem exklusiven Preview von Einstein das Musical. Kommt doch einfach mal mit. Ein Feuer, das die Welt entfacht, wir alle sind aus Sternenstaub gemacht. Wie oft werden wir doch die Welt neu verstehen, wie oft noch wird Adam, mein Arzt, die Scheibe zur Kugel. Wir sehen eine Sternschnuppe, den Streif eines Kometen, ein sterbender Stern, voller Schönheit und voller Poesie. Lässt er uns hoffen, in jedem Ende wird ein Anfang immer. Alles ist aus Sternenstaub gemacht, im Ursprung ist es gleich. Wenn unsere Welt einst stirbt, dann ist es das, was bleibt. Ein Rauschen wie Musik, das uns erzählt, wir sind aus Sternenstaub gemacht. Wir sehen uns im nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020